Das ist Al-Adab, Al-Bufrat, 6, 4, 5. Echtens? Aber hey, hier ist die Rede von Segen, sobald man seinen Namen erwähnt. Genau den gleichen Hadid findest du auch in Saji Muslim? Na ja, guter Versuch. Und im Tafsir von Ibn Kafir, zu Sura 33, Vers 56, steht ja, dass Allah betet. Hä? Es steht, Allah betet, aber warum betet Allah? Weil Moses wurde gefragt, da steht im Tafsir von Ibn Kafir, Moses wird gefragt, betet dein Herr? Moses antwortet, ja, mein Herr betet. Und deswegen haben die gesagt, wenn der Herr von Moses betet, dann betet Allah auch. Echtens? 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 Echtens?